. Kampfmittelräumer im Einsatz. Sie spüren Munition auf. Ich würde sie mir nicht ins Wohnzimmer legen. Die sind voll Sprengstoff. Sie holen Bomben aus dem Boden. Wenn man eine Bombe findet, schlägt das Herz schneller. Das macht viel Spaß. Und vernichten explosive Sprengkörper. Explodiert einer, explodieren die anderen auch. Wie viele Bomben-Blindgänger in Deutschland unter der Erde liegen, kann nur geschätzt werden. Die Gefahr lauert überall. Seit 1990 kam es zu etwa 20 Selbstdetonationen. Die meisten Blindgänger-Explosionen werden jedoch kontrolliert herbeigeführt. Das Ruhrgebiet. Zentrum der Industrie und größte Agglomeration des Deutschen Reiches. Nirgendwo sonst fielen im 2. Weltkrieg so viele Bomben wie in der Rhein-Ruhr-Region. Allein auf die damalige 430.000 Einwohner Stadt Duisburg kamen 30.000 Spreng und mehr als 700.000 Brandbomben herunter. Viele Blindgänger liegen noch unter der Erde. Bernd Lausch ist technischer Einsatzleiter und begutachtet die Räumstelle an der 6-Seen-Platte. Moin. Ihr macht Vorbereitung. Welche Fläche nehmt ihr auf jetzt? Die Seite. Die Männer starten bei diesem Einsatz mit der Oberflächensondierung. Er hat eine Orientierung über seine GPS-Antenne. Von daher kann er nicht allzu viel verkehrt machen. Was er verkehrt machen könnte, wäre letztendlich zu schnell zu laufen. Oder den Messwagen umzukippen aufgrund von irgendwelchen unwesentlichen Dingen, die im Gelände noch rumliegen, wo er drüber gefahren ist oder sowas. Die Messung wäre im Eimer und müsste er dann nochmal neu aufzeichnen. Vor der anschließenden Oberflächenberäumung schauen sich die Experten die Messdaten am Computer an. Deuten die Messwerte auf größere Eisenobjekte hin, graben die Kampfmittelräumer die verdächtigen Punkte auf. Das ist die letzte Spur. Bernd Lausch ist schon lange als Kampfmittelräumer tätig. Als er mit dem Job anfing, war die Arbeit beschwerlicher als heute. Das ist jetzt, naja, gefühlt 25, 26 Jahre her. Da hat sich natürlich von der Technik her unheimlich viel verändert. Die Hersteller der Sondiergeräte machen ihre Messgeräte empfindlicher. Sie machen sie handelbarer, sodass von der Beherrschung her der Geräte es wesentlich entlastender und entspannter ist, damit umzugehen. Die Genauigkeit der Messwerte hat sich ebenfalls verbessert in den Jahren. Das hat einen Riesensprung getan, um jetzt eben zu sagen, jawohl, jetzt sind wir in der Lage mit der Technik, die wir an die Hand bekommen, auch saubere, ausgewertete Messdaten für die weitere Bearbeitung der Fläche zur Verfügung zu bekommen. Hier hat Lukas mit dem Sondierwagen noch gut zu tun. Anderswo sind die Männer schon weiter. Bernd Lau schaut bei Jens Konrad vorbei, der die Messergebnisse am Computer analysiert. Konrad ist normalerweise Taucher, Einsatzleiter, hier aber als Truppführer im Einsatz. Der fahrende Sondierer hat eine Menge größerer Störkörper ermittelt. Wie gesagt, sind alle Störkörper, da haben wir jetzt an die 52 Stück drauf auf dieser Fläche. Wir uns angucken, das Objekt, das müssen wir dann erstmal lokalisieren und dann schauen, was das ist. Aber schön vorsichtig gucken. Die Messungen mit dem Magnetometer bekommt Jens auf einer sogenannten Farbkarte dargestellt. In Form von roten und blauen Punkten. Nicht alle Punkte werden sich die Männer genauer anschauen. Im Prinzip alle größeren Störkörper. Alles, was hier rot-blau ist im Prinzip plus und minus eines Gegenstandes. Die kennzeichne ich hier drauf und gebe die dann im Prinzip zur Werbung frei. Welches Störkörper ich hier auswähle, das ist aus meiner Erfahrung. Ich sage mal, ich mache das jetzt schon 29 Jahre. Dementsprechend weiß ich in etwa, was ist Großmunition und was halt nicht. Ja, man sieht im Prinzip hier, deutet sich ein Riesenstörkörper an. Also da wird wahrscheinlich ein Riesenfundament drin sein oder eben auch eine Bombe. Und das öffnen wir. Die Männer öffnen nur die großen Störpunkte, um später das Erdreich lagenweise mit dem Bagger abziehen zu können, ohne dabei versehentlich auf etwas Gefährliches zu stoßen. Werden sie heute eine Bombe finden? Das Oderbruch ist eine der am stärksten Kampfmittel belasteten Gegenden in Deutschland. Kurz vor Kriegsende kamen etwa eine Million Rotarmisten über die Oder und zogen die Schlinge um Berlin immer enger. Das Deutsche Reich hätte den Krieg längst verloren. Trotzdem verteidigten 120.000 deutsche Soldaten die Selower Höhen erbittert. Zehntausende Soldaten verschiedener Nationen verloren ihr Leben. An der deutsch-polnischen Grenze haben die Kampfmittelräumer immer alle Hände voll zu tun. Frank Diestl und seine Kollegen haben den Auftrag, einen vier Meter breiten Streifen zu säubern, damit ein neues Breitbandkabel verlegt werden kann. Einsatzbesprechung auf dem Feld. Und wir werden dann im Prinzip den Anschluss zum Deich hier vorne hoch machen und werden dann umsetzen auf diese westliche Seite und gehen da dann ran, bis wir auf dem Deich wieder oben sind. Die Männer sind fast fertig. Seit drei Wochen arbeiten sie an diesem Bauabschnitt. Pro Tag schaffen die Sondierer bis zu vier Kilometer Strecke. Aber nur, wenn sie nichts Großes finden. Du sitzt im Bagger, er hat Sonde und Spaten. Für die tieferen Löcher, ihr beide macht die Vorsondierung auf der ausgesteckten Trasse. Wenn ihr keine Fragen habt, dann könnt ihr schon mal eure Batterien machen und dann mit den Sonden da vorne aufs Testfeld. Ich komme dann gleich nach. Okay? Bislang haben die Männer jede Menge aufgespürt. Nicht nur Schrott, sondern auch gefährliche Munition. Das Zeug ist explosiv. Und daran rumzumanipulieren, zu laborieren, ist also schwachsinniger Selbstmord. Das macht man nicht. Auch wir fassen nicht alles an. Manche Dinge, wie vorletzte Woche, mussten wir direkt vor Ort sprengen. Zum Beispiel von so einer Panzerwüchse, das ist mit vorgespannten Zündern. Und das ist alles ein bisschen dramatisch. Handgranaten ebenfalls. Auch einen Kriegstoten haben Distel und seine Jungs gefunden. Der Leichnam konnte identifiziert und beigesetzt werden. Knapp zwei Kilometer sind noch zu sondieren. Das wichtigste Utensil dabei ist das sogenannte Magnetometer. Darüber kann ich also, ich sage jetzt mal, vom Kronkorken bis zu einer großen Fliegerbombe alles finden. Sicherlich ist das abhängig von Umwelteinflüssen, von Störungen. Hast du Schotterschlacke, Straßennähe oder hast du sehr tiefe Vergrabungen oder hast du dünne alte Bleche, die sind natürlich schwächer. Oder andere Sachen haben höhere Magnetfelder, wie zum Beispiel Sprungfedern oder Magneten direkt. So, und hier habe ich verschiedene Bereiche, wo man also die Empfindlichkeit einstellen darf. Wir reden hier von Nano-Tesla, also von einer ganz geringen Magnetfeldstärke. Hier drin sind zwei Spulen und die messen im Prinzip um sich rum eine Veränderung des Feldes. Zeigt die Sonde ein magnetisches Objekt an, fangen die Männer sehr vorsichtig an zu buddeln. Schließlich könnte etwas Explosives im Boden liegen. Treffen die Kampfmittelräumer mit dem Spaten unglücklich den Zünder einer scharfen Granate, kann es schlimm ausgehen. Ein kleines Loch muss gemacht werden. Also das ist ein Kompromiss. Man muss sehr vorsichtig sein, man hebelt nichts raus. Man versucht nicht mit Axt, Beil, Hammer sich da durch die Decke zu kratzen oder zu schlagen. Also, ja, ja, also im Prinzip muss man da einen Kompromiss finden. Jetzt schauen wir mal. Na ja, siehst du wohl, da haben wir es doch schon. Gut, das ist jetzt was, das ist nicht ganz so dramatisch. Das ist das Leitwerk von einer Granate. Granatleitwerke finden Kampfmittelräumer häufig. Das Leitwerk wird bei der Detonation des Geschosses abgesprengt. Die Granate wird aus einem Geschütz abgefeuert. Der Aufschlagzünder setzt die Detonation in Gang, wenn die Granate ihr Ziel trifft. Die Stahlhülle zersplittert. Ein Leitwerk ist zwar ungefährlicher Schrott, wird aber dennoch vom Kampfmittelräumdienst als Munitionsmüll mitgenommen. Frank ist sicher, dass noch gefährlicheres Metall im Boden lauert. Für ihn kein Problem. Mit einem gewissen Restrisiko, aber Vorsicht und Erfahrung, sollte das eigentlich machbar sein? Toi, 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 bei uns ist noch nie was passiert, aber das Zeug ist nicht ohne. Man sollte da schon vorsichtig sein. Gerade hier am Deich haben die Kampfmittelräumer viele Funde. Vermutlich wurde der Wall von den Verteidigern als natürliche Deckung genutzt und dementsprechend intensiv beschossen. Tatsächlich, Sondierer Andrew Schiebel ist auf etwas gestoßen. Frank, kannst du mal bitte gucken? Jo, warte mal. Ein bisschen mehr mal bitte. So, na da haben wir ihn doch schon. Bühnerstrecker. Eine Werfergranate. Von der Sorte hatten wir schon eine ganze Reihe. Die kann man... So, hier seht ihr den klassischen verschossenen Werfergranate. An der Stelle stecken wir jetzt einen Flock rein. Das ist jetzt ein Klassiker. Da werde ich dann nachher den Munitionsbärungsdienst, wenn wir unseren Abschnitt hier durch haben, informieren. Und dann wollen wir mal schauen, das werden die, denke ich, noch heute abholen. Die Granate ist nicht mehr akut gefährlich. Aufgrund der möglichen Sprengstoffrückstände muss das Geschoss aber trotzdem vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abgeholt werden. So, die Löcher, das hier drüben kann zu. Und du kannst hier weitermachen, dass wir diese 20 Meter hier fertig haben. Jetzt machen die Männer auf der anderen Deichseite weiter. Auch dort rechnet Frank mit reichlich Munition. In Duisburg läuft währenddessen die sogenannte Störkörperberäumung. Auf diesem Teil der Baustelle war früher ein Kleingartengelände. Die Männer öffnen die Verdachtspunkte, die sich aus der Oberflächensondierung ergeben haben. Punkt für Punkt. Mühsam. 53 Punkte habt ihr hier? Ja. So eine ganze Menge. Naja, aber hier sind ja die Leitungen. Die haben wir ja vorhin bei der Auswertung schon gesehen. Das werden also mehrere Punkte sein, die zusammengefasst die Leitung bilden. Naja. Gut, dann macht mal auf. Schauen wir mal, was wir finden. Bombenfunde sind im Ruhrgebiet häufig. Allein beim größten Luftangriff auf Duisburg im Oktober 1944 warfen die Alliierten 9000 Tonnen Bomben auf die Stadt ab. 3000 Menschen starben. Insgesamt wurde Duisburg 311 Mal bombardiert. Graben die Männer ein tieferes Objekt mit dem Bagger frei, muss der Baggerfahrer das Abbraummaterial vorsichtig ausklappern. Man sollte das schon, dass das wie so ein Schleier ist. Sodass man sieht, wenn was Größeres runterfällt. Alles zu 100 Prozent finden wir, glaube ich, nicht. Man versucht das natürlich immer. Aber sagen wir mal, alles, was größer als 10 Zentimeter ist oder 5 schon, sollten wir eigentlich finden. Mögliche Sprengkörper im Boden sind gefährlich. Der letzte Unfall mit einem Blindgänger im Ruhrgebiet war 2008, als bei einer Explosion 17 Menschen verletzt wurden. Nicht einfach reinhacken, sondern schon vorsichtig, wenn du merkst, man kratzt auf irgendwas rum, wieder zurückziehen, auf seine Kollegen achten. Dann arbeiten wir immer alle ziemlich eng. Wie man ja sieht, stehen die alle um uns rum. Da muss man seine Maschine schon unter Kontrolle haben, in eine Kamera gucken. Wir haben hier so eine Kamera, die haben schon 360 Grad. Und da sieht man alle. Dieses Objekt ist völlig ungefährlich, eine alte Rohrleitung. Vermutlich hat an dieser Stelle ein Kleingärten einen Brunnen angelegt. Bernd Lausch hat schon viele deutlich brenzligere Situationen erlebt. Ein Erlebnis ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. Was so richtig gefährlich war, war in Osnabrück. Das war, ich glaube, 2001, eine englische Fliegerbombe direkt am Straßenrand mit einem Langzeitzünder im Heck eingebaut. Und da war es dann auch noch so, dass dieser Langzeitzünder abgerissen war, also faktisch nicht mehr vorhanden. Man hat nur noch Rudimente gesehen im Heck der Bombe. Und da war keine andere Möglichkeit, als die Bombe zu sprengen. Das hat dann der Kampfmittelbeseitigungsdienst gemacht. Die Männer sind auf ein tiefer liegendes Objekt gestoßen. Etwas Sprengkräftiges ist auch hier nicht im Boden. Bernd Lausch sieht sofort, dass dieses Teil ungefährlich ist. Raus muss es trotzdem. Munition oder irgendwas Relevantes für uns ist es auf keinen Fall. Das können wir ausschließen. Also kann man da auch mit dem Bagger dran fassen, das Ding entfernen und dann ist gut. Das ist dann entspanntes Arbeiten für die Jungen. Baggerfahrer Alexander Schmidt kam zufällig zu dem Job als Kampfmittelräumer. Mittlerweile liebt er seinen Beruf. Tatsächlich, wenn man was findet, dann ist es ein bisschen spannend. Gerade, wenn man auch eine Bombe findet, dann schlägt das Herz doch ein bisschen schneller. Das macht schon Spaß. Und man hat das Gefühl, man hat einen richtig wichtigen Job. Das ist tatsächlich so. Auch wenn uns nie einer sieht. Wir sind ja da, wenn eigentlich noch keiner da ist. Und so macht Alexander weiter, konzentriert, seinen Job im Bagger, damit die Bauarbeiter hier später sicher arbeiten können. Knapp einen Kilometer weiter nördlich sind die Kollegen schon beim nächsten Arbeitsschritt. Dort ist die Störkörperberäumung abgeschlossen. Die Männer ziehen den Boden lagenweise ab. Dieses Vorgehen hat einen guten Grund. Man sieht ja sehr schön den Bereich der Auffüllungen, die im Prinzip nach 1945 hier auf dieses Gelände gekommen ist. Und da kann niemand ausschließen, dass nicht vielleicht doch das eine oder andere Objekt mit einem gewissen Gefahrenpotenzial dazwischen ist, eben noch dabei ist. Und das ist unsere Aufgabe, das sicherzustellen, dass eben halt dort keine Gefahr davon ausgeht. In den Aufschüttungen sind so viele metallische Körper, dass die Kampfmittelräumer mit dem Magnetometer nicht vernünftig sondieren könnten. Beim Abziehen müssen die Männer hochkonzentriert sein und ein gutes Auge beweisen. So wie Jens Konrad, der etwas im Sand entdeckt hat. Bernd Lausch schaut sich den Fund an. So, haben wir sie raus. Wir haben jetzt gerade eine INC 4 Lips, englischer Bauart, gefunden. Das Zündsystem ist im Prinzip nicht mehr vorhanden. Dementsprechend können wir die bergen, sicherstellen und an den Kampfmittelräumen hinzugehen. Stabbrandbomben haben eine Hülle aus Elektron, eine Metall, das sehr lange und intensiv brennt. Im Inneren befindet sich eingepresstes Thermit, das beim Aufschlag durch das Zündsystem in Brand gesetzt wird. Die Hitze überträgt sich auf die Elektronhülle. Die Bombe brennt bis auf das Fallgewicht ab. Ja, so weit, so weit ist sie noch komplett. Oben das Zündergehäuse abgebrochen, Leitwerk weg. Etwa 8 Minuten betrug die Branddauer. Das hat offensichtlich nicht funktioniert, vermutlich irgendwo abgebrochen beim Aufschlag. Es ist von der Sache her ein Explosivstoff behaftetes Objekt, aber für uns jetzt erstmal keine großartige Gefahr in dem Sinne. Jens Kondrat hat die Bombe sofort als solche identifiziert, als sie zwischen dem Abbraumaterial beim Ausklappern zu Boden gefallen ist. Wenn ich den nicht erkennen kann, also es von vornherein nicht identifizieren kann, gebe ich natürlich auch einen Stopp und gucke es mir dann an. Wenn ich es nicht sicher sagen kann, ist es Munition oder nicht. Also gucke ich mir dann alles an. Ja, wenn dort eine Kugel rausfällt, gucke ich mir die natürlich auch an, könnte dort ein Munitionskörper drin sein. Bernd Lausch darf die Bombe nur auf der Baustelle im Auto transportieren. Auf eine öffentliche Straße dürfte er damit nicht fahren. Auch nach 80 Jahren in der Erde ist die Bombe noch brandfähig. Naja, darf man einfach nicht ängstlich, aber vorsichtig sein. Und insofern haben wir uns jetzt hier jetzt beide nochmal abgestimmt, es ist hier eine relativ geringe Gefahr, die von diesem Munitionskörper so ausgeht. Diese Bombe kommt später ins Tageslager und wird schließlich vom Kampfmittel-Räumdienst abgeholt. Kommt heute noch weitere Munition hinzu? In einem Wald in Niederösterreich lagert der Entminungsdienst des österreichischen Bundesheeres alte Bomben, Granaten und sonstige Munition. Wir befinden uns da im Munitionslager des Entminungsdienstes im südlichen Niederösterreich und stehen vor dem sogenannten Bombenbunker. In diesem Bunker werden eigentlich die aufgefundenen Fliegerbomben-Blindgänger bei uns zwischengelagert, bevor sie dann im Allensteig sprengtechnisch vernichtet werden. Werner Tobisch ist stellvertretender Leiter des Entminungsdienstes. Die 17 Mitarbeiter rücken immer dann aus, wenn in Österreich Munition aus der Zeit vor 1955 gefunden wird. Hier haben wir zum Beispiel eine britische 250 Kilo Standardbombe. Im Vergleich zu den amerikanischen Bomben haben wir in Österreich eher weniger Fliegerbomben-Blindgänger von Großbritannien, weil die ganz einfach in Österreich weniger Angriffe geflogen sind. Hat eine Fliegerbombe einen einfachen Aufschlagzünder, können die Entschärfer das Geschoss meistens transportsicher machen, indem sie den Zünder ausbauen. Experten schätzen, dass in Österreich noch etwa 15.000 nicht detonierte Fliegerbomben in der Erde liegen. Da sieht man zum Beispiel im Gegensatz zur vorigen Bombe eine amerikanische 250 Kilo Fliegerbombe, die sozusagen das Standardkaliber war, mit dem in Österreich bombardiert worden ist. Es ist lediglich natürlich die Zündvorrichtung, also der Zünder, für den Transport schon vor Ort ausgebaut worden und die scharfen Bomben werden dann, wie gesagt, hier zwischengelagert. Mehr als 1.000 Mal pro Jahr rücken die Spezialisten des Entminungsdienstes aus. Entweder, weil private Sondierfirmen Kampfmittel aufspüren oder aber, weil Privatleute durch Zufall auf Munition stoßen. Neben britischer und amerikanischer Munition lagert das österreichische Bundesheer in Niederösterreich auch russische Sprengkabel. Auch deutsche. Was wir hier sehen zum Beispiel sind zwei Bomben deutscher Fertigung, also Großdeutsches Reich im Zweiten Weltkrieg, die bei uns ebenfalls im Bundesgebiet relativ häufig aufgefunden werden, allerdings weniger, weil sie abgeworfen wurden über dem Bundesgebiet, sondern eigentlich auf damaligen deutschen Flugplätzen einfach nicht mehr zum Einsatz gekommen sind und dort gelagert waren und dann in Vergessenheit geraten sind oder überschüttet worden sind oder verschüttet worden sind. Und die werden ebenfalls noch regelmäßig gefunden bei uns. Bis zu einem halben Jahr bleibt die Munition hier. Dann werden die gefundenen Kriegsrelikte kontrolliert gesprengt. Bis zu 30 Tonnen kommen pro Jahr zusammen. Der Entminungsdienst kümmert sich dabei längst nicht nur um Bomben. Die kleinere Munition wird von uns eigentlich in solchen Kisten gesammelt und so gelagert und dann eigentlich mit diesen Kisten nach Altstadt transportiert und eigentlich zusammen mit diesen Kisten in den Sprenglöchern zum Sprengern vorbereitet, damit man natürlich nicht wirklich jede einzelne Granate 17.000 Meter angreifen muss und umlagern muss, sondern dass es eigentlich alles gesammelt in einer Kiste ist. Und so kann man das Ganze einfach leichter handhaben und sicherer dann der Vernichtung zuführen. Der Entminungsdienst macht das Land sicherer. Jedes Jahr gibt es in Österreich Unfälle mit Kampfmitteln aufgrund falscher Handhabung durch Laien. Die Munition wird dann bei uns eigentlich, sag ich mal, der Munitionsfamilie entsprechend auf solche Stahlbehälter aufgeteilt. Einfach um einen besseren Überblick zu haben, um die Lagerführung leichter zu machen. Da haben wir jetzt zum Beispiel Werfergranaten, verschiedene Kaliber, die eigentlich damals aus Granatwerfern verschossen wurden. Hier haben wir jede Menge Panzerfäuste. Und man sieht schon beim Grad der Verschmutzung, dass es nicht unbedingt jetzt für einen Laien sofort als Panzerfaust oder Panzerfaustkopf erkennbar ist, sondern halt einfach irgendwie als interessantes Metallteil zuerst einmal ausschaut. Was aber in weiterer Folge bei der Handhabung sehr gefährlich sein kann, wenn man es falsch handhabt. Die schaut jetzt etwas sauberer aus, da erkennt man dann schon eher die Form. Das wird dann wahrscheinlich eher jeden dazu bringen, dass er sagt, okay, das könnte gefährlich sein. Bald ist es wieder soweit. Dann wird diese Munition auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig durch Sprengung vernichtet. In Bleien-Genschmar, nahe der polnischen Gänze, gingen die Räumarbeiten gut los. Die Kampfmittelräumer überqueren den Deich, um die geplante Brett-Band-Trasse auf der Oderseite von Munition zu befreien. Truppführer Frank Distel fährt mit dem Auto hinterher. Dann haben wir hier unsere Erste-Hilfe-Ausrüstung, alles Mögliche bei, vom Sanitasche über, hier ist Sauerstoff drin und ein Defilverater. Jetzt müssen wir das hier mal alles wieder rein. Also eine handexplodierte Handgranate hatten wir zum Glück noch nicht so ein Zeugs, aber ein ungeklickter Fuß ist schnell gemacht. Gut, dass Frank für solche Fälle vorsorgt, denn hier draußen sind die Männer auf sich allein gestellt. Am Oderdeich arbeiten die Kampfmittelräumer mit zwei Teams. Der Berger-Trupp kümmert sich um eine großflächige Messanomalie, während die Kollegen das Feld mit der Oberflächensonde ablaufen. Frank ist ausgebildeter Taucher und kam über das Tauchen zur Kampfmittelbergung. Meistens sucht er Offshore nach Munition. In seiner Laufbahn hat er schon vieles gefunden. Ihn wundert nichts mehr. Vergrabenes Auto. Ein Loch gebuddelt, Auto reingefahren, angesteckt und wieder zugescharrt. Da guckst du schon ein bisschen sparsam. Da hast du einen Haufen Schrott an der Backe. Das muss ja alles entsorgt werden. Das ist auf einer Trasse, muss weg. Und auf See, bei Offshore-Geschichten, wollen wir nicht drüber sprechen. Also da sind ja große Sachen, Minen, Torpedos und, und, und. Drahtseile, endlose Längen. Also was aus den Augen, aus dem Sinn, also alles was ins Wasser geht, da wird es richtig spannend. Auf diesem Feld werden die Sondierer durch viele kleine Objekte wie magnetische Schottersteine aufgehalten. Im Laufe der Jahre entwickelt man dann halt so ein kleines Gefühl. Aber man sollte sich trotzdem nicht davon täuschen lassen. Und da entwickelt man halt dieses Gefühl, dass es Kleindreck ist. Weil wenn du das mit dem Fuß hin und her schiebst, dann ist das halt... Kannst du zumachen. Im Oderbruch gilt eine Fläche von 100 Kilometer in nord-südlicher und 30 Kilometer in ost-westlicher Ausdehnung als stark Kampfmittel belastet. Wer dort bauen will, muss vorher zwingend nach Kampfmitteln suchen. Als ausgebildeter Feuerwerker ist Frank Diestl als einziger im Räumteam berechtigt, Munition anzufassen. Finden die Kollegen etwas, muss er das Objekt identifizieren und sein Gefahrenpotenzial beurteilen. Fragen, kannst du mal gucken, komm bitte. Jupp. Diese Stelle sieht auf den ersten Blick verdächtig aus. Mal bitte hier. Da haben wir es doch schon. Es sind mindestens zwei. Ah, warte. Das ist doch schon wieder der Klassiker. Wenn man hier hinter guckt, sieht man so ein paar Büsche stehen. Da war mal ein Gehöft früher. Und da haben wir letzte Woche auch schon was ausgegraben, was sehr, sehr ähnlich aussah. Hier mal ein bisschen. Das ist die Granate, das ist hinten die Hülse. Wahrscheinlich unverschossen, aber unbrauchbar gemacht. Das hatten wir auch schon gefunden letzte Woche. Da sind die wahrscheinlich mit einem Panzer oder mit einem großen Fahrzeug drüber gefahren. Die sind verschossen. Die lassen wir mal hier. Nee, wir legen die mal hier hoch. Und du guckst noch mal rein. Andrew sondiert die Stelle noch einmal nach. Damit sie die Messungen nicht stören, legt Frank die Granaten beiseite. Tatsächlich verbirgt sich ein weiterer Sprengkörper in dem Loch. Frank Tiestel hat eine klare Meinung zur Gefährlichkeit dieser Granaten. Also ich würde sie mir nicht ins Wohnzimmer legen. Ob die nun von alleine losgehen oder ob du da mit einem Hammer draufhauen musst oder ansprengen, das kann man so nicht sagen. Aber die sind auf jeden Fall voll Sprengstoff und hat einen Metallmantel drum. Also ich denke mal, dass das nichts für zu Hause ist. Frank und sein Team befinden sich mitten in der Hauptkampflinie. Vor 80 Jahren tobten dort drei Tage lang erbitterte Kämpfe. Zweimal gehen die Männer jede Trasse ab, um die erforderliche Breite von vier Metern zu detektieren. Ständig müssen sie dabei anhalten. Wenn man das jetzt hier sich so ankommt. Komm her. Da haltet er mich ja wieder ins Trab hier. Die Arbeit ist heute auf dem schweren Ackerboden besonders anstrengend. Wieder scheinen die Männer eine sogenannte Vergrabung aufgespürt zu haben. Also Munition, die nach dem Krieg eingebuddelt wurde, weil sie nicht mehr gebraucht wurde. So finden die Kampfmittelräumer gleich mehrere Munitionsteile auf einem Haufen. Ja, da haben wir es doch schon. Auch wieder die Kartusche. Das ist der Kartuschenboden. Das ist normalerweise rund. Und hier steckt die Garnate drin, die dann rausfliegt. Kannst du? Gut. Ja, ich muss erstmal da hoch. Die haben noch was. Ihr macht hier gründlich weiter. Da komme ich ja noch in Schweiß. Jetzt rufen die Kollegen vom Baggertrupp Frank um Hilfe. Der Kollege hat einen sehr großen Wert gemessen, der relativ weit in Richtung Deich geht und mitten auf der Trasse liegt. Frank schaut sich die Sache genauer an. Weiter hier rüber. Da haben wir eine 10.500. Hier haben wir eine 10.000. Wir reden immer noch von diesem Nano-Tesla. Das ist die Abweichung von dem Merkmagnetfeld, was wir hier messen können. Und je höher der Wert ist, je größer oder je dichter dran an dem Objekt sind wir, an dem ferromagnetischen. Was auch immer das ist. Also ein fetter Stein, das Rohr vom Panzer oder ein Wasserrohr oder eine Granate. Die kann ja weit weg sein, dann hast du ein schwaches Signal, dann hast du es aber sehr flächig, meistens. Oder das liegt eben dicht bei, dann hast du natürlich ein hohes Signal. Oder es ist ein starker Wert, weil es ein starkes Magnetfeld erzeugt. Zum Beispiel eine dickwandige, eine Bombe oder ein Lautsprechermagnet, das wäre so die Krönung. Kannst du alles haben hier, ne? So, also ich würde mal so sagen. Kannst du mit dem Bagger hier, ich mach mal, den Haufen hier wegziehen. Die Kampfmittelräume haben Blut geleckt. Diese Messung ist erfolgsversprechend. Was fördert der Bagger zutage? Vom Oderbruch ins österreichische Waldviertel. Auf dem Truppenübungsplatz in Allensteig in Niederösterreich sprengt der Entminungsdienst zweimal im Jahr Fundmunition. 20 Tonnen Munition aller Kaliber werden auf einmal vernichtet. Wolfgang Korner leitet den Entminungsdienst. Sprengkräftiges Kriegsmaterial wird gesprengt. Also bedeutet, wo Sprengstoff drinnen ist, ist das sehr wohl. Infanteriemunition, Kleinkaliber-Munition wird ausgebrannt und wird eigentlich der Rohstoff sozusagen wiederverwertet. Die Männer geben zusätzlichen Sprengstoff hinzu. 5% des Bruttogewichts der zu vernichtenden Kriegsmittel. Fast 1000 Kilogramm TNT. Bei der Vernichtungssprengung achten die Männer vor allem auf Sicherheit. Das Loch dient zudem als Schallschutz. Es läuft eigentlich so, dass es werden Erdlöcher gegraben. Dann werden Granatenbomben jeglicher Art, also eher Granaten, nebeneinander hingelegt, geschlichtet. Dann mit einer Initialladung. Die ist dann meistens eine Bombe, weil dann da 100 Kilo Sprengstoff sozusagen drinnen sind. Nach einem halben Arbeitstag sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Dann wird die Bombe gezündet und durch die Massenexplosionsfähigkeit von Kriegsmaterial explodiert eine, explodieren die anderen auch. Und so bleibt eigentlich nur mehr Stahlteile über oder Stahlpartikel. Bereit? Zündet, kürzer. Wolfgang Korner hat das Land wieder ein Stück sicherer gemacht. Er liebt seinen Job. Es ist ein Mischmarsch aus vielen Sachen. Es ist sehr wohl auch technisch anspruchsvoll. Und man ist nie ortsgebunden. Man ist an viele verschiedene Orte und das ständig und immer. Und hat jeden Tag eigentlich neue Situationen. Und das hat man vor vielen, vielen Jahrzehnten, muss ich leider schon gar nicht sagen, am besten gefallen. In Duisburg sind die Kampfmittelräumer bereits fast eineinhalb Jahre lang vor Ort. In der Zeit haben sie nicht nur Munition aus der Erde geholt. Ja, das sind hier alles Dinge, die wir beim Lagenweise-Abziehen festgestellt haben. Wir sehen mal hier die Reste von einem Fundament von Masten, die aufgestellt wurden durch die Bahn. Das sind natürlich alles Eisenteile, relativ große Anomalien, die wir feststellen bei der Sondierung. Aber im Prinzip immer erst sagen können, es ist nichts Gefährliches, wenn wir es gesehen haben. In etwa einem halben Jahr wollen die Kampfmittelräumer die komplette Fläche für die Bauarbeiten freigeben. Das 100 Hektar große Areal muss so weit beräumt werden, dass dort gefahrlos gearbeitet werden kann. Nach der Störkörperberäumung ziehen die Männer die Erde so weit ab, bis sie im sauberen Boden sondieren können. Nun können die Experten mit dem Magnetometer einzelne Objekte auffinden. Mehrere Verdachtspunkte haben sie schon geöffnet. Ein Punkt ist noch offen. Und was habt ihr denn hier drüben gehabt, in dem Loch? Den habe ich gerade hier außen noch rausgebrochen. Den haben wir hier jetzt im Prinzip, wo die Rolle liegt, haben wir nochmal einen tieferen Störkörper. Den ich mir dann nachher, sobald der Bagger ein Stückchen weiter weg ist, dann angucke nochmal. Nur ein Drittel aller Blindgängerfunde sind Zufallsfunde. Der überwiegende Teil der alten Fliegerbomben wird von Experten wie Bernd Lausch gezielt aufgespürt und gebraucht. Wo sind wir? 5000 Nano Tesla. Das ist schon ein relativ großer Wert, dem wir nachgehen müssen. Wenn der auf einer niedrigen Suchstufe mal kurz zappelt und wir sagen, das ist was ganz Kleines, interessiert uns das hier erstmal nicht. Wir müssen hier nicht jedes Stück Kampfmittel Zentimeter für Zentimeter absuchen und dann beseitigen, sondern unsere Aufgabe ist es, Objekte zu finden, Körper zu finden mit einer Abmessung von 10 mal 10 mal 25 Zentimeter. Das entspricht also einer, ich sag mal, 15 Kilo Brandbombe. Ab dieser Größe sind wir gefragt, die sollen nach Möglichkeit nicht in der Erde bleiben. Und das ist hier ein Objekt, was schon von der Anomalie her anzeigt, es ist etwas Größeres. Also das lassen wir auf keinen Fall drin. Vorsichtig schauen die Männer mit dem Spaten nach. Was finden sie hier in der Erde? Warte, ist das Abgebrochene? Ja, das kriegen wir raus. Enttäuscht ist Bernd Lausch nicht. In dem Fall war es jetzt gefahrlos zu bergen. Wir haben also gesehen, das ist ein größeres Eisenteil, vermutlich Reste von irgendeinem Rohrende. Das können wir natürlich nicht drin lassen, weil wir nicht wissen, ist es nur ein Kampfmittel, ist es eine gewisse Gefahr oder nicht. In dem Fall hat es sich als gefahrlos erwiesen. Jens Konrad sondiert nach, um sicherzugehen, dass nichts mehr in der Erde ist. Doch etwas scheint dort unten noch zu liegen. Langsam nähern sich die Männer an. Doch das Tal liegt zu tief in der Erde, etwa einen Meter. Ein Fall für den Bagger. Mit dem Bagger graben auch die Kollegen in Brandenburg tiefer in die Erde. Die Männer haben ein Objekt mit einem starken Magnetwert aufgespürt und schon fast freigelegt. Frank gräbt mit den Händen weiter. Ah! Eieiei, guck! Na, die haben sich schon bewegt gehabt hier, wahrscheinlich vom Bagger. Siehst du, die sind nicht mehr ganz fest. Ich mach mal ein bisschen herunterschaufeln. Aber hier, guck mal. Das ist schon mal ein anderes Kaliber. Was hat Frank gefunden? Das müssen wir noch nehmen. So weit sind wir noch nicht. Oh ja, gucken Sie an. Hier, hier. Das war es noch lange nicht. Dieser Verdachtspunkt hat es in sich. Gleich mehrere Teile unterschiedlicher Art finden die Sondierer in dem Loch. Das ist ein N-Nest. Das ist zum Beispiel ein bisschen Schlitter. Wenn man den abbricht, hat es das auch erst mal gereicht. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Ja. Hat einen glatten Boden. Und wiegt 10 Kilo hier. Da müssen wir mal gucken. So. Das werden wir dann gleich nochmal nachkontrieren. Das räume ich jetzt alles ein bisschen beiseite. Und röben hin. Insgesamt haben die Männer viel Munition gefunden. 10 Panzergranaten, eine Granate vom Kaliber 7,5, 10 Kartuschen, 2 Treibsätze, sowie mehrere Bruchstücke mit Sprengstoffanhaftungen. Doch worum handelt es sich bei dem großen Objekt? So dick waren nicht, so dick waren nicht, sind die Wasserrauche hier auch nicht. Das muss ich mal rüberlegen, sonst können die ja nicht sondieren. Später stellt sich der Fund als Heck einer russischen 152 Millimeter Feldhaubitzengranate heraus. Ein sogenannter Zerscheller, also eine Granate, die nicht vollständig detoniert ist. Doch die Männer stoßen noch auf ein weiteres Teil. Unscheinbar, aber explosiv. Siehst du, da haben wir den Salat. Das ist auf jeden Fall noch eine Anhaftung. Das kannst du also nicht in den Haushaltsmüll schmeißen. Also kein Schrott, das ist ziemlich sicher Sprengstoff. Was jetzt hier so wie Schimmel aussieht, das ist ein Stück abgeplatzt. Kann man schwer sagen, hier vielleicht ist es auch leicht. Dieser Tag war sehr ergiebig, Frank ist zufrieden. Er ruft den brandenburgischen Kampfmittelbeseitigungsdienst. Wir werden das alles abgeben und dann ist es weg. Und? Gut, dann kann er da vorsichtig zumachen und bleibt mit dem Bagger aber noch hier. Alle die Teile der heutigen Ausbeute sind im Prinzip transportfähig und können heute Nachmittag an den staatlichen Kampfmittelräumdienst übergeben werden. Und wir können die Grabungslöcher schließen und aufräumen und dann für heute Feierabend machen. Einmal kommen Frank Diestl und seine Kollegen noch wieder. Dann kann das neue Breitbandkabel sicher verlegt werden. Zurück in Duisburg. Nachdem der Baggerfahrer seinen Job erledigt hat, muss er sein Arbeitsgerät von der Sondierstelle wegfahren. Andernfalls könnte der Bagger die Messung stören. Ein letztes Mal graben die Männer mit dem Spaten. Auch wieder Rohr. Das ist wahrscheinlich der Rest von dem anderen Stück Rohr, was wir eben schon mal hatten. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Jens Konrad macht den Job seit 29 Jahren und hat in der Zeit viel Metallschrott aus der Erde geholt. Manchmal wird es aber auch spannend, wenn er keine Munition findet. In Berlin, die Museumsinsel. Ringsherum befindet sich ein Kanal. Da haben wir Teilberäumungen gemacht. Auf Kampfmittel normalerweise. Haben dann aber auch historische Sachen von dem alten Stadtschloss und so weiter dort gefunden, die wir dann an die entsprechenden Behörden dann auch übergeben haben. Die werden jetzt eingelagert, ins Archiv erfasst und so weiter. Und es ist natürlich dann immer eine schöne Sache, wenn man da so ein bisschen was an Originalteilen dann auch beitragen kann. Damit ist dieser Abschnitt freigegeben. Hier erwarten die Baufirmen keine bösen Überraschungen. Bernd Lausch trifft sich mit seinem Sohn Marian am Tageslager, um die gefundene Stabbrandbombe sicher zu verwahren. Marian ist Räumstellenleiter. Damit hat er die Schlüsselgewalt über das Tageslager. Vorsichtig holt Bernd die Bombe aus dem Auto. So, dann Schlüssel hast du alles, ja? Das Tageslager ist eine Kiste, die im Boden verankert und mit mehreren Schlössern gesichert ist. Mach das mal auf die Deckel. Und dort wird sie jetzt in dem speziellen Fall bis morgen Vormittag gelagert. Dann geht heute noch eine Information ans Ordnungsamt raus. Die übermitteln die Nachricht an den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Und dann kommt ein Einsatzfahrzeug hier, welches in der Nähe ist, vorbei, nimmt die Munition ab. Sodass am Wochenende gewährleistet ist, dass keine Munitionsgegenstände, Waffenteile oder irgendwas in der Art hier vor Ort unbeaufsichtigt ist. Brandmunition muss aus Sicherheitsgründen gesondert von anderen Kampfmitteln wie Artillerie-Munition gelagert werden. Das ist heute nicht weiter problematisch, denn außer der Brandbombe haben die Männer nichts gefunden. Sorgsam verschließt Marian die 250 Kilo schwere Eisenkiste. Dann ist der Feierabend fast erreicht. Ein letztes Mal wollen die beiden die verschiedenen Räumstellen noch abfahren. Für uns von der Sache her ist der Tag insofern positiv. Wir haben nur ein einziges Stück Munition gefunden. Das ist aus Kampfmittelräumersicht natürlich nicht unbedingt positiv. Aber für die Baumaßnahme stimmt mich das sehr zufrieden. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir den Tag heute noch abschließen. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere. Wenn nicht, ist das aber auch nicht schlimm. Dann haben wir unser Tagesdoll erfüllt für heute. Und tatsächlich ahnt Bernd noch nicht, dass auf ihn und sein Team ein erneuter Fund wartet. Die Kollegen graben eine weitere Bombe aus. Eine INC 30 Lips. Dieser Brandbombentyp war mit Phosphor gefüllt. Der Kampfmittelräumdienst holt die Bombe sofort ab. Denn sie ist zwar transportsicher, aber der Phosphor könnte sich bei Kontakt mit Sauerstoff selbst entzünden. In einem speziellen Verpackungsbeutel nehmen die Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst sie deshalb luftdicht verschlossen mit. Damit haben die Männer ihren Job für heute erledigt. Etwa die Hälfte der gesamten Bombenlast, die über dem Gebiet des Deutschen Reiches abgeworfen wurde, fiel auf Nordrhein-Westfalen. Kampfmittelräumer werden in Zukunft noch alle Hände voll zu tun haben, die Altlasten des Krieges zu beseitigen. und bis zum nächsten Mal. Heute werden wir beim Kampfmittelräumen mit auf beim Kampfmittelräumen iniqué. Vielen Dank.